»Wenn wir fressen, findet der Prophet uns blutbefleckt vor, und dann rührt Skarsgott uns nicht an.« Edmi trat zu dem Skars-Tänzer, der benommen mit dem Kopf wackelte. »Hör mir zu, Wolf. Höre auf das Lied von der großen Kette.« »Die große Kette!« rief der Wolf. Er versuchte, in die Luft zu springen, als wolle er eines der Kettenglieder fangen und auf die Erde herunterreißen. Aber seine Pfoten kamen kaum vom Boden hoch. Dann brach er zusammen. »Er ist tot,« flüsterte Edmi. Delia und der Pfeifer hörten aufzuheulen. Ein Tänzer, der die Szene mit angesehen hatte, trat behutsam über den toten Wolf und bewegte sich in einem langsamen Paradegang davon. Andere folgten ihm, fort von dem Fleisch der beiden Schneehasen, und in die Monddurchflutete Nacht hinaus. Die Sarg und Gwyneth setzten ihren Weg fort. Inzwischen hatten sie die Südgrenze des McDonagall-Gebiets überschritten und fanden zahlreiche Hinweise auf die Skars-Tänzer. Nach dem einen heißen Sommertag war es wieder kalt geworden, aber es kamen keine Schneestürme mehr. Die Kreise, die die tanzenden Pfoten hinterlassen hatten, zeichneten sich deutlich sichtbar im Schnee ab. Viele davon verströmten den unverkennbaren Geruch von Traummarken, was die Sarg zutiefst erschreckte. Einige der Traummarken sonderten den Geruch der Fährte ab, der sie folgten, andere nicht. Die Sarg schloss daraus, dass nicht alle Tänzer von dem Wolf in Gwyndors Helm und Visier angeführt wurden. Das Schlimmste war, dass vielen Kreisen der Geruch von sterbenden Wölfen anhaftete. Das hier war ein Tanz, der die Wölfe in den Tod führte. Allmählich näherten sie sich der Grenze zu den Frostlanden. Der Wind hatte gerade gedreht und fegte jetzt von dem zerklüfteten Kamm herunter. Er führte einen ranzigen Geruch mit. Er stammte vom Kot eines lebenden Wolfs, der einen Artgenossen verschlungen hatte. Der Himmel wurde trüb und grau. Dicke, wollige Wolken drängten in die Hinterlande. Die Wolken hingen so tief herunter, dass die Sarg fast daran zu ersticken glaubte. Unterwegs hatten sie hin und wieder ein paar Wölfe angetroffen, meistens die letzten ihres Rudels, wie sie zu ihrem Entsetzen hörten. Einmal waren sie einem MacAngus-Wolf begegnet, der ihnen sagte, dass das Clan-Oberhaupt gestorben war. »Euer Oberhaupt ist tot?«, wiederholte die Sarg fassungslos. »Ja«, erwiderte Aldwin MacAngus. »Das Steinrudel ist ausgelöscht. Und wie man hört, ist auch das Flussrudel der McDunkens fast am Ende.« Kurz darauf stießen sie auf einen MacDuff-Wolf. »Meine Gefährtin ist gestorben. Und unsere Welpen auch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Wozu sollte ich noch länger im Rudel bleiben, nachdem ich meine ganze Familie verloren habe?« »Wie viele sind deiner Schätzung nach insgesamt gestorben?«, fragte die Sarg. »Ach, wer kann das schon sagen? Ich habe gehört, dass Creakle unser Knochennager noch am Leben sein soll.« »Wenn ihr mich fragt, sind die McNamara im Moment der stärkste Clan. Sie leben ja auch am Meer. Die McNamara haben sich aufs Fischen verlegt, und das Meer ist bis jetzt nicht zugefroren. Ich wollte mich auch zum Meer durchschlagen, aber dann ist mir zu Ohren gekommen, dass die Blutwache Hilfe braucht, wenn ich mir vorstelle, dass die Clanlosen ungehindert in die Hinterlande strömen. Also da sträubte ich mir das Nackenfell. Ich wette mit euch, dass diese Kreaturen auch noch überleben. Skrupellos genug sind sie ja. Das Leben ist ungerecht. Nach dieser niederschmetternden Begegnung setzten die Sarg und Gwyneth ihren Weg fort. Es war bitterkalt, schlimmer als in den dunkelsten Hungermonden. Allmählich kamen sie in die einsamsten Regionen der Hinterlande, aber die Sarg war offenbar auf etwas gestoßen. Gwyneth spürte, dass die Fährte stärker wurde. Als Gwyneth elegant durch die Windflauten segelte, fing sie ein Hauch feines Knarzen auf. Es klang als ächtste ein Baum im Wind. Die Sarg beschleunigte ihre Schritte am Boden und lief ebenfalls auf die Geräuschquelle zu. Es ist genau vor uns, Madam. Gleich da vorne. Endlich sah die Sarg es auch. Ein Obea-Baum. So nannten die Wölfe diese Bäume. Und sie wusste sofort, dass hier der Helm von Gwyndor ihrem besten Freund und dem Vater von Gwyneth versteckt sein musste. Der Obea-Baum war ein mythischer Baum. Der Legende nach ging nur alle tausend Jahre einer der Samen auf. Und dann dauerte es noch einmal hunderte von Jahren, bis der Schössling zu einem Baum emporwuchs. Deshalb hieß der Baum auch Obea-Baum. Er war nach den unfruchtbaren Wölfinnen benannt, die im Clan die Aufgabe hatten, Malkat von ihren Müttern zu trennen und auszusetzen. Obea-Bäume wurden strikt gemieden. Wer ihnen zu nahe kam, konnte unfruchtbar werden. Das war ein uralter Wolfsaberglaube. Ich weiß Bescheid über die Obea-Bäume, sagte Gwyneth. Aber Madam, warum sollte ein Wolf eine Heldenmarke an einem Baum errichten, der unter Wölfen als verflucht gilt? Das macht doch keinen Sinn. Nein, natürlich nicht. Trotzdem glaube ich keine Minute lang, dass dein Vater an diesem Ort gestorben ist. Keine Spur von seinem Geruch. Nichts. Aber der Helm war hier vergraben, zwischen diesen Wurzeln. Ein besseres Versteck gibt es nicht. Niemand wagt sich in die Nähe dieses Baums aus Angst vor Unfruchtbarkeit. Und siehst du die Wurzeln hier? Das sind Brettwurzeln. Sie sind wie Wände in einer Höhle. Sie schießen nach oben und stützen den Baum, weil der Boden so hart ist, dass die Wurzeln nicht eindringen können. Und diese Brettwurzeln sind ein ideales Versteck für den Helm deines Vaters. Ach, du liebes Bisschen, rief die Sarg plötzlich. Sieh dir das an! Was? Ein Vorratslager. Ein Babyfrettchen, ach, und ein Hermelin. Und beim Lupus sogar ein paar Schneehuhneier. Wie köstlich! Das ist ja ein richtiges Festmahl, meine Liebe! Die Sarg hielt inne und schaute auf. Aber wir brauchen nicht nur was Fettes zu fressen, sondern auch viel Geduld. Geduld? Warum brauchen wir Geduld, Madam? Weil wir dem Wolf begegnen werden, der den Helm und die Maske deines Vaters geraubt hat, wenn wir nur lange genug hierbleiben. Das hier ist sein Versteck. Wir müssen ihm nur auflauern. Madam, wenn mein Vater nicht hier gestorben ist, wo dann? Wo hat er eurer Meinung nach sein Leben ausgehaucht? Ich glaube, er ist an einer Stelle gestorben, an der Hasenohrmoos wächst. Als du mir die eingewickelten Maulwürfe mitgebracht hast, hat der Geruch nach Hasenohrmoos meine Erinnerung in Gang gesetzt. Ja. Und? An dem Helm waren Spuren von Blut und Hasenohrmoos. Dein Vater ist an einer Kopfwunde gestorben und das Blut von der Wunde ist auf Hasenohrmoos gesickert. Er muss also mit dem Kopf darauf gelegen haben. Das steht für mich fest. Dort hat er seinen letzten Atemzug getan und ein Wolf hat ihm eine Heldenmarke errichtet. Glaubt ihr das wirklich, Madam? Ehrenwort? Ja, Ehrenwort, Gwyneth. Danke, Madam. Mir musst du nicht danken, sondern diesem Geisterschnabel. Die Sarg gab also zu, dass der Geisterschnabel die Wahrheit gesagt hatte. Schweigend kauerten sich die beiden Freundinnen in eine gemütliche kleine Höhle, die von den aufschießenden Brettwurzeln gebildet wurde. Gwyneth schoss der Gedanke durch den Kopf, dass es mit einem Polster aus Hasenohrmoos natürlich noch kuscheliger wäre. Die Sarg dachte an den unbekannten Wolf und wie klug es von ihm gewesen war, den Helm und das Visier in einem Obea-Baum zu verstecken, der von anderen Wölfen gemieden wurde. Der Obea-Baum war das perfekte Versteck für die Maske, die bei diesem Höllentanz eingesetzt wurde. Einem Tanz der Unterwerfung und des Todes. Kein Krieger führte diesen Tanz an, auch nicht das leibhaftige Böse, sondern nur ein verwirrter, hungriger Wolf. Ein Schwächling. Nogalgrot, dachte die Sarg. War das nicht das Eulenwort für rohen Mut? Gegen Mitternacht peitschte der Regen herunter und der Baum bog und schüttelte sich. Die Kälte war unerträglich. Gwyneth und die Sarg kauerten sich eng aneinander und redeten sehnsüchtig von dem warmen Schneehasenblut, das am Vortag so wohlig durch ihre Kehlen geronnen war. »Was ist das beste Fleisch, das ihr je gekostet habt?«, fragte Gwyneth. »Rentiere, die saftiges Frühlingsgras gefressen haben. So was Köstliches hast du noch nie gegessen.« »Nein, und das werde ich wohl auch nie. Ist nicht ganz meine Kragenweite.« »Und du? Was magst du am liebsten?« »Rote Eichhörnchen. Sehr nussig. Mit einem Hauch von Wintergras.« Gwyneth hielt inne. »Komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einen satt macht, wenn man übers Fressen redet.« »Ja, in der Tat. Es gibt sicher eine wissenschaftliche Erklärung dafür.« »Ich glaube, das macht die Fantasie. Die Fantasie nährt uns und hält uns am Leben.« »Hm, wahrscheinlich hast du recht«, sagte die Sarg. »Aber manchmal kann die Fantasie auch töten«, dachte sie im Stillen. »So wie der Irrsinn dieses Keg-Meg-Wolfs, der in Gwyndors Helm und Visier herumläuft.« Schaudernd dachte sie an den schwachen Todeshauch, den der Wind von den Eisklippen heruntergeweht hatte. »Clanlose«, hatte sie damals gedacht. »Clanlose, die ohne Zögern einen toten oder sterbenden Wolf verschlingen würden.« »Aber irgendwie spürte die Sarg, dass der Wolf, der mit Gwyndors Helm herumlief, kein Klanloser war.« »Und das Schlimmste war, dass dieser sogenannte Prophet vermutlich keine Ahnung hatte, wie viel Unheil er in Wahrheit anrichtete.« »Wusste dieser Wolf, wie verkehrt, wie abscheulich seine Lehren waren?« »Aber gut, das Böse hatte viele Gesichter.« »Manchmal kam es in gewöhnlicher Gestalt daher.« »Vielleicht sogar als Wolf, der im eigenen Rudel schlief.« Als die Dämmerung anbrach, hatte die Landschaft sich erneut verändert. Der Obea-Baum starrte vor Eis und Schnee. Er funkelte so grell, dass Gwyneth und die Sarg kaum zu den Ästen aufblicken konnten, die sich blitzend in den Himmel reckten. Jeder Ast war an einen Panzer aus Eis gehüllt. Aber dann ging die Sonne auf, und der Baum sprühte Funken, als wären tausend Regenbogen darin zersplittert. Wenn der Wind wehte, erschauerten die Farben und entfachten ein wahres Feuerwerk aus rosa, rot, blau, lila und grün. Die ganze Landschaft war in ein zauberhaftes Spiel von Licht und Farbe getaucht. Die letzten Sommermonde schwanden dahin. Wenn das der Sommer war, was würde erst der Herbst bringen? Der letzte Blizzard hatte am schlimmsten gewütet. Faolan schauderte bei dem Gedanken, wie viele kranke oder sterbende Wölfe unter den berghohen Schneewellen begraben lagen. Der Wind hatte einen Augenblick nachgelassen, und das Schneetreiben hörte auf. Die Hinterlande hatten sich in welliges Weiß verwandelt, ohne Grenzlinie zwischen Himmel und Erde. Mit bangen Gefühlen bahnten sich die fünf Wölfe ihren Weg zu den Kerns zurück. Die Kerns rückten näher, und Faolan entdeckte die Blutwächter auf ihren Aussichtsposten. Viel eindrucksvoller war jedoch das Heulen der Skrillin. Tief am milchig-weißen Himmel hatten die Skrillin zahlreiche Lichtsphären in schillernden Farben entdeckt, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Zischende Kugeln in giftigen Farben waberten träge am Horizont. Eine Erscheinung, die auf den Eissturmen der vorigen Nacht gefolgt war. Die Skrillin verfügten über einen reichen Schatz an Geschichten, um das Himmelsfeuer eines Sommergewitters zu lesen, aber es gab keine Erzählung zu diesen sonderbaren Himmelskugeln. Deshalb heulten sie ihre Verwirrung in die Nacht hinaus und fragten den großen Sternenwolf, was das alles zu bedeuten hatte. Faolan, Edmy, der Pfeifer und die beiden Schwestern dienten weiter bei der Blutwache. Ihr Plan, einen Skarskreis aufzulösen, war gescheitert. Als die fünf Wölfe zurückkamen, sprach Tamsen laut aus, was sie selbst längst wussten. Das Kernproblem des Ganzen war der falsche Prophet. Solange er nicht gefangen wurde, bestand wenig Hoffnung, dass das tödliche Tanzen aufhörte. Der Pfeifer hatte sich bald als Skrillin unentbehrlich gemacht. Er heulte, was das Zeug hielt, um die Blutwachen vor Clanlosen zu warnen, die unbemerkt über die Grenze geschlüpft waren. Tamsen war daher sofort einverstanden, als Faolan den Vorschlag machte, weitere Knochennager wie Blitz und Creakle aufzusammeln. Unverzüglich wurden Kundschafter ausgesandt, die nach ihnen suchen sollten. Die seltsamen, hüpfenden Lichter, die so geheimnisvoll am Horizont erschienen waren, gaben den abergläubischen Wölfen den Rest. Alle Skars-Tänzer, die diese Lichter gesehen hatten, nahmen sie als Zeichen, dass Skarsgard sie bald holen würde. Sie tanzten noch wilder, vor allem, weil der Rentiermond immer näher rückte. Im Rentiermond würde die Sternleiter vom Himmel verschwinden und mit ihr Skarsgard und das Sternbild, das als Höhle der Seelen bezeichnet wurde. Dann war es für jede Rettung zu spät. Von dem Kern, auf dem er hockte, konnte Faolan weit in die Nacht hinausblicken. Über den hüpfenden Lichtern ging gerade die Sternenleiter auf. Er schaute nach unten und sah, wie die Wölfe in ihren erlarmten Tanzkreisen verzweifelt nach den untersten Sprossen der Leiter griffen. Direkt unter Faolan waren gerade ein paar Tänzer bewusstlos zu Boden gestürzt. Lautlos glitten die geduckten Silhouetten der Wolfsfresser näher. Ein Trupp Blutwächter stürzte herbei, aber bei einem der Wölfe kamen sie zu spät. Im fahlen Lichtschein des Mondes sah Faolan eine Blutlache, die sich langsam im Schnee ausbreitete. Dann kletterten Delia und Mary zu ihm hoch und Faolan war abgelenkt. Wir wollen dir ein bisschen Gesellschaft leisten, sagte Delia. Ein paar Blutwachen haben zwei Schneehühner gefunden. Wir haben dir was aufgehoben. Nach deiner Schicht wirst du sicher hungrig sein. Danke. Mir läuft das Wasser im Haul zusammen, antwortete Faolan. Das Schneehuhn war natürlich nur ein Vorwand für die beiden Schwestern, um zu ihm hochzusteigen, das wusste Faolan. Wenn sie keinen Wachdienst hatten, blieben Mary und Delia meistens in Faolans Nähe. Und trotzdem wusste er immer noch nicht, wie sie zu ihm standen. Faolans eigene Gefühle waren klar. Er hatte jetzt eine Familie. Er hatte zwei Schwestern. Blutsverwandte. Seit er denken konnte, hatte er eine Leere in sich gespürt, die nicht gefüllt werden konnte. Nicht einmal von Donnerherz. Jetzt endlich füllten seine Schwestern sie aus. Er war der Bruder von Mary und Delia. Und dieses Wissen ließ sein Mark leuchten. Die Blutwache war nicht so stark geschrumpft, wie Faolan und Edmy ursprünglich befürchtet hatten. Das lag vor allem an den Wölfen aus dem berühmten McNamara-Clan im Nordosten, die als Verstärkung hergekommen waren. Die McNamara waren der einzige Hinterland-Clan, der von Wölfinnen angeführt wurde. Vier Nächte, nachdem die seltsamen Lichter am Himmel erschienen waren, trafen zwei weitere McNamara-Wölfinnen bei der Blutwache ein. Una war eine schöne Wölfin, obwohl sie kaum noch Fleisch auf den Knochen hatte. Faolan und Edmy fiel auf, dass sie das Wort Clan-Führung vermieden hatte. Das Blaufelsrudel war nur eines von mehreren McDuncan-Rudeln. Tamsen war zwar eine angesehene Außenflankerin, aber kein Clan-Oberhaupt. Ist Liam schon wieder abseits gegangen? fragte sich Faolan. War Liam etwa selbst zu den Skars-Tänzern übergelaufen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 CD 3 Tully war eine hochrangige Schneeäule, die der große Baum in die Hinterlande beordert hatte. Er sollte den Zustand der Wolfsklans prüfen und feststellen, ob die Wölfe Unterstützung vom großen Baum brauchten oder nicht. Außerdem sollte Tully nachforschen, wo sich die Maskenschleiereule Gwyneth herumtrieb. Die eigenwillige Schmiedin war seit einiger Zeit spurlos verschwunden. Tully bereute es zutiefst, dass er diesen dornigen Auftrag übernommen hatte. Das Wetter war katastrophal. Er hatte alles getan, um den Eissturm abzuhängen, der sich über dem Huhlmeer zusammenbraute. In Windeseile war er vor ihm hergeflogen. Aber der Sturm hatte ihn eingeholt. Und dann waren ihm auch noch die Flügel eingefroren. Er musste auf einer tückischen Eisklippe landen, an der seine Krallen kaum Halt fanden. Auf dem nächsten Wegstück gab es überhaupt keinen Landeplatz, außer am Boden auf einer Schneewehe. Das einzig Gute waren die Schneehasen, die hier herumhoppelten. Von Gwyneth hatte er bisher keine Spur entdeckt und leider auch weit und breit keine Bäume. Noch eine Nacht an einem uneulischen Schlafplatz war keine sehr verlockende Aussicht. Tully flog hoch oben dahin und schoss um ein paar Wolken herum, die sich am Nachthimmel ausdehnten. Ein plötzlicher Windstoß trug ein seltsames Geräusch an seine Ohren. Fast qualvoll klang es, als ächzte selbst der Wind unter dem Geräusch. Tully ging in den Steilflug und trudelte abwärts. Bald konnte er auf eine bizarre Szene am Boden blicken. Ein paar Wölfe lagen im Kreis herum auf dem Rücken. Mit ausgestreckten Beinen scharrten sie in der Luft, als wollten sie unbedingt an etwas herankommen. Die Worte, die sie in ihrem kehligen Wolfsdialekt heulten, waren fast unverständlich. Aber es war ein Flehen, so viel Begriff Tully. Die Wölfe flehten einen Unbekannten an, dass er zurückkommen möge. »Skars? S-Gars-Gard?« Ab und zu fing er ein, zwei Wörter auf, oder eigentlich eher ein paar kehlige Schreie. »Skars, Skars.« »Skars? Wer ist Skars?«, fragte Tully die Wölfe. Aber keiner von ihnen brachte die Kraft auf, ihm zu antworten. Acht Wölfe waren es. Einer hatte den Geist aufgegeben, kaum dass Tully gelandet war. Tully horchte auf. Er hatte einen Ticken unter dem Schnee aufgefangen. Wie der Blitz tauchte er in die blendend weiße Schneewehe ein. Großer Klauchs. Diese ausgemerkelten Wölfe waren auf einem reichen Schatz an Schneemäusen zusammengebrochen. Ruckzuck tötete Tully zwei fette Schneemäuse. Dann schoss er ein zweites Mal in den Schneewall hinunter, um die Jungen aus dem Nest zu holen. Er tötete die kleinen Nager mit einem raschen Schnabelhieb ins Schädeldach und achtete darauf, dass möglichst wenig Blut verloren ging. Dann warf er einen Blick auf die Wölfe, die noch lebten. Mit der größten Maus an seinen Krallen landete er neben einem grauen Wolf. Behutsam fächelte er ihm mit seinen Flügeln Luft zu, um ihn zur Besinnung zu bringen. Die Augen des Grauen flatterten leicht auf. »Ich hab hier was zu fressen für dich, Kumpel«, sagte Tully. Mit einem raschen Schnabelhieb durchbohrte er die Lebensader im Hals der Maus. Sobald das Blut hervorschoss, schob er dem Wolf das kleine Fellknäuel ins Maul und quetschte es zusammen. »Trink«, fauchte er, »und erzähl mir nicht, dass du kein Kleinzeug magst.« Die Augen des Wolfs flatterten jetzt vollends auf. Ein Fünkchen Leben schimmerte in dem Grün. »Komm schon, alter Junge, trink das jetzt aus, dann reiße ich das Fleisch für dich ab.« Der Wolf schluckte ein kleines Stück Fleisch hinunter. »Skars«, keuchte er. »Skars?« »Nein, ich heiße Tully, alter Freund.« »Ich weiß, dass du nicht Skars bist. Aber ist er denn gekommen? Der Prophet hat es versprochen.« »Was für ein Prophet? Keine Ahnung, wovon du redest.« »Der Prophet, der liebe Prophet, er war gerade noch hier, bevor du umgekippt bist und bewusstlos da lagst?« »Bewusstlos. Ich war nur in einer Skars Trance. Wie soll er mich jetzt finden und die Sternenleiter auf die Erde herunterbringen? Oder die Höhle der Seelen?« Tully schüttelte den Kopf. Der Wolf war gaga, komplett verrückt. »Hier trinkt noch einen Schluck, alter Junge«, sagte er freundlich. Sorgfältig quetschte er dem Wolf die letzten Tropfen Mäuseblut ins Maul. »So, und jetzt muss ich mich um deine Freunde hier kümmern.« »Und was ist mit dem Propheten?« »Der Prophet«, Tully zögerte. »Was sollte er diesem armen Wolf sagen?« »Ähm, also... Der kommt gleich wieder.« »Ein Jammer. Und ich kann nichts dagegen tun, außer ihnen die Wolfsfresser vom Leib zu halten.« »Hätten die beiden nicht wenigstens hierbleiben und dir helfen können?« »Ach, die sind keck, Mac. Verrückt. Die Toten, die zurückbleiben, sind ihnen egal. In ihrem verkorksten Gehirn sind sie ja auch gar nicht tot. Die Toten hier wurden von Skarsgard gerettet, während sie selbst verschmäht wurden. Das glauben sie jedenfalls. Skarsgard hat sie nicht geholt, weil sie noch nicht reif dafür waren. Deshalb tanzen sie weiter, bis sie auch tot umkippen.« Tully legte den Kopf zur Seite und schaute den Knochennager an. »Na, was ist? Verwirrt? Durcheinander? Verwundert? Total verblüfft?«, fragte der Wolf. »Großer Glax, der hat vielleicht ein umfangreiches Vokabular?«, dachte Tully. Der Knochennager hatte offenbar die Angewohnheit, lauter Wörter herunter zu rasseln, die alle mehr oder weniger das Gleiche ausdrückten. »Ja, ja. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Aber wer ist dieser Prophet? Alle haben von ihm gefaselt, bevor sie gestorben sind. Und einer der beiden Überlebenden hielt mich sogar selbst für den Propheten.« »Ich kann mir auch denken, warum. Wegen deiner Gesichtsform.« »Was?« »Der Prophet trägt den Helm und das Visier einer Eule, einer Wächter-Eule, vielleicht vom großen Baum.« »Was? Das kann ich ja fast nicht glauben.« »Oh, doch, glaub's ruhig. Ich hab ihn gesehen.« »Aber weißt du auch, wer es ist?« »Nein, ich hab nur so meine Vermutungen. Und ich habe ihm nachgespürt, aber der Kerl ist schlau. Er hinterlässt nie Duftmarken. Deshalb ist es schwierig, ihm auf die Schliche zu kommen. Ich gehe jetzt nach Norden weiter. Mir ist zu Ohren gekommen, dass mein alter Freund Pfeiffer sich als Leutnant bei der Blutwache bewährt hat. Ein Knochennager und Leutnant. Ich sage dir, die Hungersnot hat auch ihr Gutes.« »Kennst du zufällig Gwyneth?«, fragte Tully. »Ja, natürlich. Die kennt doch jeder.« »Aber hast du sie auch gesehen?« »Nein, schon lange nicht mehr. Angeblich ist sie mit ihrer Schmiede weggezogen.« »Kann ich mit dir zur Blutwache reisen? Ich habe den Auftrag, den Zustand der Wölfe zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. Außerdem soll ich Gwyneth suchen.« »Ja, natürlich. Komm nur mit. Deine Gesellschaft ist amüsant, bereichernd, angenehm, erfreulich, vergnüglich.« »Es wäre mir eine Ehre.« »Ja, ich wäre ein Zück, wenn du mich begleiten würdest. Das wärmt mir gewissermaßen die Herzenmuscheln. Bis aufs Mark.« »Herzmuscheln? Bis aufs Mark? Wo nimmt er nur solche Redewendungen her?« Plötzlich ging Tully ein Licht auf. Der Knochennager hatte so lange keinen Gesprächspartner gehabt, dass sich die Wörter alle in ihm aufgestaut hatten. »Ah«, sagte Kriegel, »ich glaube, ich habe hier ein paar Metaphern durcheinandergebracht. Es wärmt mir das Herz, müsste es eher heißen. Und vielleicht auch bis ins Mark. Herzmuscheln sind zweischalige Muscheln. Die meisten Wölfe würden sie nicht anrühren, aber wir Knochennager fressen sie, die Flussmuscheln. Ich habe sogar schon die Schalen gefressen. Erstaunlich, wir Knochennager. Was?« Aber das war bei weitem nicht das Erstaunlichste an Kriegel. Als Tully wenige Minuten später über seinen neuen Freund dahinflog, staunte er, wie anmutig dieser pfotenlose Wolf sich im Schnee bewegte. Die tiefen Schneewehen wichen praktisch vor ihm auseinander, während er leichtfüßig nach Nordwesten lief. Zu beiden Seiten seines Pfades fächerten Schneefedern auf, als sprössen ihm riesige Schwingen. Einen Augenblick vergaß Tully ganz, dass Kriegel ein Wolf war. Ihm schien es, als blickte er auf ein mythisches Wesen hinunter. »Ja«, dachte Gwyneth, während sie die schlafende Sarg betrachtete. »Wir sehen besser im Dunkeln als fast alle anderen Tiere. Und doch, was ist das alles gegen die Nase eines Wolfs?« Allein mit Hilfe ihrer beiden Nüstern hatte die Sarg herausgefunden, dass der Prophet an dem Ort gewesen sein musste, an dem Gwyneths Vater gestorben war. Die Sarg wusste in vieler Hinsicht mehr über Gwyndor als sie selbst. Die Sarg hatte ihren Vater ja auch viel länger gekannt. Gwyneths Mutter war kurz nach ihrem Ausschlüpfen gestorben, und ihr Vater hatte keine Zeit gehabt, sie aufzuziehen. Deshalb hatte er Gwyneth zu der Eule gebracht, die sie Tante Finney nannte, der Schmiedin von Silberschleier. Und Tante Finney war eine wunderbare Ersatzmutter gewesen. Trotzdem bedrückte es Gwyneth, dass die Sarg Dinge über ihren Vater wusste, von denen sie keine Ahnung hatte. Die Sarg seufzte im Schlaf, ein leises, fast seliges Seufzen, als träumte sie etwas Schönes. Träumte die Sarg überhaupt? Träumten Wölfe? Gwyneth träumte, wenn sie schlief. Aber jetzt war Nacht. Die Zeit, in der die Eulen erwachten und auf die Jagd gingen. Nachts, wenn die Sarg schlief, konnte sie ausfliegen und nach den Propheten ausspähen. Kaum lagen sie am Boden, tauchten wildäugige Wölfe aus den Schatten auf. Gierig waren sie über ihre Artgenossen hergefallen. Gwyneth hatte den Anblick nicht ertragen. Todesmutig war sie auf die wilden Kreaturen hinuntergeschossen und hatte mit den Flügeln nach ihren Pfoten geschlagen. Sie hatte sogar eine Flugfeder dabei eingebüßt. Aber ihr Heldenmut hatte nichts bewirkt. Gwyneth hatte sich vorgenommen, kein Wort darüber zu verlieren, wenn sie zum Obea-Baum zurückkommen würde. Aber die Sarg roch, dass Gwyneth mit einem Wolfsfresser gekämpft hatte. »Tu das nie wieder, Gwyneth. Hörst du?« hatte die Sarg finster gesagt. »Was da vorgeht, ist grauenhaft, aber du kannst es nicht aufhalten.« Die Sarg knifft die Augen zu.